Freunde der Fitness und Gesundheit. Und heute liegt die Betonung auf Gesundheit. Erst einmal der 31.12.2018, jetzt um 10.27 Uhr. Und ich wollte euch da draußen allen ein sehr erfolgreiches 2019 wünschen, ein sehr gesundes 2019 und ein sehr glückliches 2019. Wenn ihr die drei Bereiche erfüllt, habt ihr eigentlich gewonnen und der Fokus liegt ja bei mir immer auf Gesundheit. Aber nicht, weil ich so ein Öko bin oder so mit Bio-Storksandalen rumlaufe, sondern weil ich weiß, wie wichtig die Gesundheit ist und wie intensiv sie der Faktor ist für ein glückliches Leben. Ich kenne sehr viele Leute, die Gelenkbeschwerden haben, die Neurodermitis, Asthma, Depression, viele Leute haben gesundheitliche Beeinträchtigungen und denken immer, das ist bedingt dadurch, weil ihre Gene eben halt schlecht verteilt wurden, weil, also es ist genetisch dann, oder weil der da oben sie nicht mag und sagt so, du wirst jetzt krank, du hast jetzt Schmerzen, oder weil es einfach von draußen irgendwo in sie reingefleucht kam. Der erste Schritt, um sich zu verändern, ist die Selbstreflexion. Zuerst, und das ist nicht einfach, das ist der erste Schritt. Man muss erst einmal erkennen, inwiefern bin ich für das, was ich gerade durchmache, selbstverantwortlich? Und inwiefern kann ich das positiv beeinflussen? Also, wie kann ich mein Leben umstrukturieren, was kann ich verändern? Vielleicht nicht mehr so wie Computer spielen, vielleicht nicht mehr nur vor der Glotze hängen, vielleicht nicht mehr mit den falschen Freunden mich umgeben, damit ich überhaupt irgendwelche habe. Vielleicht den Job wechseln, weil das, was ich mache, erfüllt mich nicht wirklich, macht mir nicht besonders Spaß, raubt mir sogar Energien, aber zahlt ja die Rechnung. Es gibt immer einen anderen Weg, den man beschreiten kann. Eins ist ganz klar, wenn man auf dem Weg weitergeht, auf dem man sich jetzt befindet und jetzt unglücklich ist, dann wird sich nichts verändern. Man hofft ja immer, dass da draußen, dass der Chef vielleicht sich verbessert oder dass die Kollegen netter werden oder dass die Frau sich doch jetzt von alleine verändert oder dass der Körper jetzt plötzlich von sich aus schlank und muskulös und straff wird. Das passiert nicht. Und die erste Reflektion ist, dass man das erkennt, dass man sagt, okay, ich muss was umändern. Und dann reicht es nicht, wenn man sagt, dann lasse ich halt das Abendessen weg. Oder ja, dann trinke ich halt jetzt nicht mehr mehr aus Plastikflaschen, sondern nur noch aus Glasflaschen wegen dem Bisphenol A und Bisphenol B, also wegen den Weichmachern. Oder ja gut, jetzt lasse ich mal das Fleisch weg, weil durch die ganzen Antibiotika und durch die ganzen Hormonprodukte, die diesem Tier zugefüttert werden, bla bla bla. Aber man muss sich wirklich umstrukturieren und im Grunde ist das natürlich auf der ersten Weise sehr aufwendig, weil man sich ja mit einem Weg vertraut machen muss, den man vielleicht auch nicht so 100% von der Information her nachvollziehen kann. Das heißt also, man holt sich ja hier ein paar Tipps und da ein paar Tipps und dann habe ich nochmal Kollegen gefragt und dann habe ich nochmal was gelesen und am Ende habe ich aus jedem Dorf einen Köter und habe so ein bisschen grobe Informationen, da kann ich nicht optimal arbeiten. Also wenn mir jemand sagt, du Lotto, willst du Lotto spielen? Ich gebe dir einen Tipp, 1 bis 49 kannst du alles ankreuzen. Dann mache ich nicht gleich 6 Richtige. Deshalb, meine Empfehlung, deshalb gehe ich auf meinen Channel, meine Empfehlung ist, reflektiert als allererstes, was läuft bei euch nicht optimal und dann geht mit euch selbst in die Selbstverantwortung und sagt, ich bin verantwortlich für mich selbst, für mein Leben, für mein Handeln und es ist euer gutes Recht zu sagen, ich ist weiter Königsberger Klopse und habe dann halt Rundenschmerzen und Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen oder was auch immer. Das ist euer gutes Recht. Oder ihr sagt, ich ändere jetzt mal was. Was habe ich schon zu verlieren? Du kannst eigentlich nur gewinnen, wenn du dein fehlerhaftes Verhalten änderst. Ja gut, du könntest jetzt sagen, ich höre auf mit Königsberger Klopse und dafür kokse ich. Ja, das ist natürlich, also ein bisschen schon den Verstand einschalten. Aber ich würde mir wünschen, dass da alle, die da draußen jetzt dieses Video schauen, dass du da draußen, der du dieses Video schaust, sagst, ich mache jetzt mal zwei Wochen lang Folgendes. Ich gehe dreimal die Woche zum Sport, mache eine richtig schöne Einheit, nicht bis zum Erbrechen, aber schon, wo ich merke, das war jetzt Leistung, das hat jetzt Qualität gehabt, das hat mich jetzt wirklich gefordert. 30 Minuten, wenn ihr ein bisschen länger pausiert, 45 Minuten, länger bitte nicht. Ich trinke jetzt mal nur noch Wasser aus Glas waschen, 4 Liter am Tag. Ich trinke frisch gepresste Säfte, egal welche, ob das nun Mandarinsaft ist oder Orangensaft oder Blutorangensaft oder was auch immer, oder Apfelsaft. Ich verzichte jetzt mal auf Fisch, auf Fleisch, auf Milchprodukte und auf Eier. Für zwei Wochen. Und schau, was sich verändert. Ich esse sehr viel Obst, sehr viel Gemüse. Ich esse ein paar Nüsse. Ich arbeite mit leckerem Quinoa, mit Amaranth, mit Buchweizen. Ich mache mir eine leckere Käsesahnesauce aus Hefeflocken. Ich arbeite mit viel Tomatensauce. Wenn ich Sahne verwende, dann Hafer-Sahne, Kokos-Sahne, Soja-Cuisine. Das mache ich jetzt mal. Suche mir ein paar vegane Rezepte aus dem Internet. Und dann schaue ich, was sich in diesen zwei Wochen verändert. Und ich garantiere euch. Ich garantiere dir da draußen. Zu 100 Prozent wirst du dich besser fühlen. Du wirst dich gesünder fühlen. Du wirst fit da drauf sein. Du wirst klarer sein im Geiste. Wacher. Konzentrierter. Das ist das, was ich dir wünsche für 2019. Das ist das, was mich sehr glücklich machen würde, wenn da draußen jetzt welche schreiben. Ich mache das. Es hat funktioniert. Danke. Das ist das, was ich an euch weitergeben möchte. Ich hoffe, dass ich da draußen nur ein, zwei, zehn, hundert, tausend Leute erreiche, die das machen. Und die sagen, danke für den Tritt. Danke für den Tritt in die richtige Richtung. Alles Gute für 2019. Euer Sascha.